So, ich begrüße euch zurück zu einem weiteren Part-Gribbys, ähm, Epik-Diarm. Ja. Okay, weiter geht's. Ich bin schon die ganze Zeit am weitermachen, ich weiß. Nur halt, irgendwie muss man ja die Parts trennen. Ich nehme lieber durchgehend auf. Habe ich dann bessere Schneidemöglichkeiten. Oh, nee. Klappe da drüben. Was? Soll ich auch... Nee, du machst nichts mehr. Der Arme Teddy weint. Was hast du denn, Teddy? Hä? Teddy, Teddy, Teddy. Wenn du dann spielst... Aha. Oh. Mit Flicken. Machen wir wieder gut, Teddy. Alles super. Und Lully hat er uns geschenkt. Frischen, lieber Teddy. Und wir haben den Silberang erreicht. Das ist doch auch was. Und eine Verwandlung. Eine neue Verwandlung, sonst wären dann keine Tafel. Zug. Oder? Tchuck, tchuck. Okay. Äh, hä? Oh mein Gott. Du sollst da drauf. Moment. Dahin, Kirby. Das ist lustig irgendwie. Ich will was ausprobieren. Kann der auch ein Looping? Das ist lustig. Das Ding kann auch ein Looping fliegen, äh fahren. So. Opa. Ach, der war ein Modus. Geht das? Ja. Oder auch nicht. So, Pferdwende. Und jetzt gehst du hier wieder hoch. Und holst das Ding hier mal. Dahin. Bumms, bums. Oh. Egal. Okay, da müssen wir hoch. Ah. Komm. Das schaffst du, das schaffst du, Kirby. Mit einem Deckenride. Oh. Das Ding will ich haben. Was auch immer das ist. Wir haben einen Anhänger. Schön an der Decke entlanghuschen. So. Das ist wirklich irgendwie richtig lustig. Da lang. Ja, Mist. Mein Fernseher war gerade mein Tisch war gerade im Weg. Yeah. Goldrang dadurch bekommen. Und. Super. Super. Ein Hammer. Ein Hammer mit einem Tee drauf. Nice, nice. Hammerpatch. Das ist doch schön. So. Und. Oh. Das ist ein Weiterwurf, Kirby. Hammer. Was passiert jetzt? Bum. Bum. Was ist das? Pilze? Also ganz ehrlich, wenn das Pilze sein sollen. Mushroom Run. Ja. Pilze. Ah. Komm, Kirby. Spirante los. Fahre los. Und rein hier. Okay. Sieht nach Mushroom George aus. Klar, Mario Kart 3 Gag. So. Ähm. Ja. Pilze. Ich mach keine Pilze. Ui. Ja. Mario Kart 3 Gag. Das kann ich mir jetzt wirklich nicht vergneifen. Taro, Taro, andere, andere. Obwohl man auf den roten Jahr damals auf Mario Kart wie nicht springen kann. Egal. Burn. 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 Ah, warte, Moment. Die gehen noch drei. Aua, Haar. Böse Biene. Du, ganz, ganz böse Biene, du. Moment, ich will da unten lang. Will da unten lang. Moment, kann ich die Schnecke noch so töten? Komm her, Schnecke. Ja, kann ich auch. Ah, Mist. Wohl, geht das? Ne, schade, ich hätte gedacht, ich könnte mir irgendwie so einen seitlichen Glitch erzielen, indem ich... Aber da haben die Macher aufgepasst. Das ist doch schön. Aber da geht's. Oh. Ah, da soll ich hin. Schau mal her. Du hast einen Dreierschluss, oder? Ja. Egal. Und erwischt. Haha. Aha. Eine Kralle. Oh. Und jetzt kann ich dich aufmachen. Ja. Ja. Vergiss das. Ähm. Ja, komm, renn. Kirby, renn doch. Vergiss es. Muhaha. Ein bisschen schneller als du. Oh. Ach so. Geht das eigentlich auch mit dem Stampfen auf den, dass wir dann höher springen? Mal sehen. Ein bisschen... Ah, warte mal. Wartet, wartet, wartet. Das habe ich diesmal gesehen. So. Hey. Hat geklappt. Haben wir das Erste schon verpasst? Nein, das ist das Erste. Das ist super. Ah. Moment, bevor ich da jetzt lang gehe. Will ich hier rüber. Und... Mist. Und stampfen. Okay, das ist der eigentliche Weg. Habe ich mir einen anderen gemacht. Jetzt aber. What'll you do? Lass es doch. Du hast mich einmal getroffen. Und das war jetzt... Glückstreffer. Ein... Verkehr drüber... Pilz... An einer... Reißverschlussline. Na gut. Lassen wir... Necram Necram sein. Hm. Pums. Miep, miep. Neum. Bum. 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 So. Du schwingst nicht ganz logisch, würde ich mal sagen. Ne, doch. Dacht schon. Hier rüber. Hier drauf. Und da hoch. Da hoch, sagte ich. Bum. Mal sehen, was da an der Seite ist. Ich will ja wissen, was hier ist. Nein, noch ein Modely. Und... Die zweite... Zweite oder erste? Ich glaube, das erste davon. Von der Zielgran. Von die... Nein. Nein, nein. Ja, Mann, oh. Von den Bonusdingern. Wo wir unseren Rang noch mal notfalls verbessern können. Und hab ich. Nein. Nein, Modely. Modely do. Haben diese Krallen da auch einen Namen? Nein, nein, nein. Nix hier. Aua. Verdammt. Äh. Humble. So. Meins. Als Einzige muss ich sagen, die Level sind länger geworden. Etwas länger. Wo? Wo? Das heißt, wenn ich so... Ah, wenn ich so eine Seite treffe, krieg ich auch einen seitlichen Storch. Das ist logisch. Nein. Ich du schon wieder. Mh. Oh ja. Hö. Schnecke. Vergess es. Wir müssen da schräg hoch. Okay. Gehen wir erstmal weiter. Um zu gucken. Okay. So, dann hätten wir das schon mal abgeschlossen. Ach so. Hm. Ich mach mir das wieder komplizier... Unkomplizierter als es ist. Ich hätte nämlich erst hier reingehen können. Danach da hoch ein bisschen rumhopsen. Danach diesen einen Weg nach unten und danach die einsammeln. Aber okay. Darf ich nicht vergessen? Das Spiel ist... Ja. Ich brauch meinen. Ah, what did they do? Du kommst mir noch gerade recht. Nein. Du solltest ihn doch nehmen, Kirby. Moment. Da können wir respawnen auf die Gegner ganz schnell. Hä? Moment. Ich krieg den doch. Moment. Ich will warten, bis er sich umdreht. Ja. Okay. Krieg ich doch nicht. What did they do? Bist du wieder da? Nein. What did they do ist weg. Gibt es hier drüben noch einen What did they do? Oder so. Ah. Hol wir erst mal hier, diese Dinger. Ah. Das ist ein... Super. Hoppsa. Jetzt haben wir dich. Nein. Wir warten jetzt erst mal, bis what did they do. Obwohl, der schießt nicht. Das ist ein Gegenstand. Das ist ein Gegenstand. Den hole ich mir auch. Ah. What did they do? Du bist ja wieder da. Hi, mein Kumpel. So. Nimm mich aber den einfacheren Weg. Wenn er ein bisschen länger laut... Achso, der ist hier unten. Plopp. 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 Nein. Hättest du in die andere Richtung rollen können, mein Freund? Nein, der rollt runter. Na gut. Ist der Woddelidou wieder da? Nein. Jetzt hüpfst. Ach herrje. Jetzt hüpf die Schnecke da rum. Und zacka. Zacka. Neuer Begriff. Zacka. Erweiterung von Zack, Zack, Zack aus Sonic Adventure 2 Battle. Zacka. Und wir haben... ... das mittlere Ding verpasst. Na gut. Muss mit leben. Naja, egal. Ich will das Löffel mal langsam zum Ende bringen. Bärn. 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 Zacka. Zacka. Oh. War auch noch richtig. Blum, blum, blum. Bärn. Gehen wir einfach weiter. Okay. Wow, Uberschlag mit Kirby geschafft. Hahaha. Ja, ich klinge auf Goldrang locker. Dinh 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 dinh. Dinh 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 dinh. Dinh dinh dinh. Dinh dinh dinh. Ja, zumindest bleib ich im Goldrang immer treu. Das da auch schon mal was. Also das ist so das Minimum, was ich erreichen will über Goldrang vorerst. So, und wir haben ein Kuchenstück. Kuchenstück, Kirby wird sich freuen. Lecker, happa, happa, Kuchy. Oh, wow, das ist ein schöner Kuchen. Ja, der sieht Hammer aus. Sweetie, Sweets Park. Sweetie. Sweetie, das superkühlen. Boah, nein, nicht das Schlagaffenland. Ich liebe Kuchen. Torte, Entschuldigung. Ist ja so gesehen eine Torte, würde ich eher sagen. Och, nee. Das konnte ich schon bei Balance-Channel nicht abhaben, das Schlagaffenland. Überall nur Süßkram. Da kriegt man so Appetit drauf dann. Machen wir mal die Torte auf. Mal sehen, was der Inhalt ist. Och, ja. Außer halt die Mandarinen da mit Schalen. Die müssen doch unbedingt sein. Hätten die da die Schalen noch wegmachen sollen. Aber an sich... Ey, das sieht aus wie Bären. Das ist gemein. Voll gemein. Ich... Krieg jetzt wieder Lust. Kekse. Oh, nein. Überall. Süßkram. Aua. Wodli. Du vergibst mir grad meinen Süßkram. Süßkram. Begeisterter Süßkram-Fan. Ich muss gucken, ob hier unten was ist. Oh, ho, 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 ho. Egal. Sei stark, Ray. Darf sie sich weiter rumschwärmen. Es ist nur aufgezeichnet. Es ist nur aufgezeichnet. Es ist nur ein Spiel. Das müsst ihr keinen Hunger machen. Eine Puddingmaschine. So, was will ich auch haben. Puddingmaschine. Puddingmaschine. Ich will... Oh, Pudding. Wie komm ich da rein? Ich will Pudding haben. Ich... Ich geh Risiko. Wir wissen, ob Puddingmaschine mich... Pudding? Komm her. Ich will gucken, ob Pudding mich zerquetschen kann. Pudding, zerquetsch mich. Nein, quetsch mich nur weg. Ach so, ich glaub, ich will erst nicht den Kaputtrick. Haha. Pudding. Ach ja, Pudding. So, also weiß ich auch, wie ich an die anderen komme. Ja. Ja. Ach ja. Bis zum nächsten Mal.